Hi und willkommen zu einer weiteren Folge Lego in Karnibus Ich weiß, wie ist es spannend, wie ist es spannend Okay, welche machen muss ich jetzt tun Achso, ich muss sie kaputt machen, die Kanone, ne? Genau, davon bin ich ausgegangen, aber es klappt irgendwie nicht Das ist ein Teddybär Okay, warum klappt es nicht, ist die Frage Und wie komme ich hier hoch? Hm Also, ich verstehe Ich verstehe, ich verstehe Oh Mann Ich verstehe, ich verstehe Okay, wie mache ich das jetzt am kühlsten Hier direkt am Stecken Jetzt brauche ich noch Mr. Incredible Den, 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 den Waren wir dir was? Also ich vermute, er soll da rüberspringen Ja Aber ganz sicher bin ich mir natürlich nicht, weil ich ein Loser bin Dun, 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 dun Okay, das war falsch Ich lasse mich auch kurz töten Hallo? Warum? Ich würde mal sagen, warum falle ich euch denn nicht auf? Warte mal, wenn ich jetzt Hä, achso, verstehe Nein Ich verstehe Ich verstehe, was ich tun muss Oder? Okay, nein Das ist falsch Achso, ich bin so dumm, oder? Ist hier unten? Ne Ich bin doch nicht so blöd Ich will mal gucken Wie ich, 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 warum Es wird ja Nicht ohne Grund rot, ne Passiert ja gar nichts, ne Also ich glaube immer noch, ich muss Hier rüberspringen, aber Ich habe halt nicht so eine Frunkfähigkeit Ne, okay, er fängt immer an zu schleichen Nein Hä? Am besten Willen, ich weiß nicht, was ich tun soll So Hm Machen wir mal Niemand sagt irgendetwas Ich fühle mich mal wieder sehr, sehr blöde Problem gelöst Aber wirklich so mies blöde fühle ich mich gerade Gut Bob Du dicker Köter, machen wir ein bisschen dicke Bob-Dinger Das ist eine blöde Idee Das ist auch ziemlich blöd, um ehrlich zu sein Aber naja Guck mal da oben So, Daten Finde ich ganz schick, wie das mit dem Container jetzt hier gelöst wird Danke, Gesabee Ich bin schon unterwegs So, jetzt so, wenn ich du Arschloch Ist halt irgendwie null unterwegs, ne Und da da Los rennen, dicker Krabbelmann Guck ihn dir an, wie dick er ist, wie wenig er kann Er dicker Krabbelmann Ich habe gehofft, du würdest es nicht sagen Weil ich dich echt nicht leiden kann Lol Achso Legendenmeier muss ich hier natürlich weglatzen War nicht gut geklappt, ne? Mach erstmal kurz ihn lang Aha Wie skil ich von mir Wie komme ich denn da hoch? Bin mir nicht sicher Egal Ein Traum Das ist ja einfach Das war jetzt nicht Das war jetzt hier wirklich Mehr als nur einfach Das ist ein langes Level, ne? Hoffentlich kommen wir damit an die Hauptkonsole ran Moonwalk Finde ich lustig Ich bin zu Hölle, bin ich gerade gestorben So Ein schöner Ausblick Gut Äh Bist du noch was drin? Und hier noch was drin? Nein Hier noch was drin? Ich will noch mal kurz mir alles schnell angucken Aha Hat nicht geklappt, schade Hätte ja klappen können Warum bin ich nicht dem hier gegangen? Ich bin echt so blöde, ne? Das sieht schon Das sieht schon gut aus, ne? Das sieht jetzt Real talk Das sieht gut aus, aber Das ist natürlich wichtig, ne? Vielen Respekt Das sieht schick aus Gut, sieht das hinten an Ich würde aber sagen Das war jetzt erstmal diese Folge hier Wenn es euch gefallen hat Dann ist doch gerne der Beruf da Und dann bis zum nächsten Mal Tschüss Und dann bis zum nächsten Mal Und dann bis zum nächsten Mal